Ich bin ja normalerweise nicht so der Typ, der sowas macht als Videoform, aber holy shit, was ist mit Twitter falsch? Ich habe versucht, jemanden anzuschreiben, in dem Fall Nintendo Connect. Wir haben in der Vergangenheit ein bisschen geschrieben gehabt, aber wir folgen uns nicht großartig einander. Kann sie also deswegen nicht mehr direkt anschreiben? Weil Twitter ja Änderungen drin hatte, dass man Leute nur anschreiben kann, wenn man denn irgendwo Premium besitzt. Wenn man sich nicht gegenseitig folgt. Was? Okay, es ist doof, was will man machen? Wenn man in Gespräche gekommen ist und sich gegenseitig folgt, dann ist es besser für das ganze große Ganze, mehr Umlauf. Problem ist, die große Nachricht ploppt auf, hol dir Premium, wenn du denen die Nachricht schicken möchtest. Okay, will ich aber nicht. Vielleicht später. Schickt mich dann zurück zu dem, zu den Nachrichten-Dingens, kurzzeitig, für eine Millisekunde, ploppt hier unten das Fenster auf mit den Nachrichten und ballert mir die Sache wieder rein. Und ich kann das Button maschen, die Scheiße, es passiert nichts. Ich komme immer wieder in den selben verkackten Bildschirm rein und ich komme da nicht weg. Ähm, wow. Also ich hatte schon einiges an Problemen gehabt auf Twitter, aber das ist wirklich bescheuert. Aber das ist einfach nur wirklich, wirklich dämlich. Das ist doof. Dabei hatte ich nur eine kleine Frage zu dem Gewinnspiel. Na ja, muss ich auf Umwege mal fragen. Aber, wow. Ich bin, ähm... Das sollte gefixt werden. Das ist nervig. Holy shit. Definitiv. Wow. Fix das, Twitter. 識 star. Showutt. Bye. Bye. Bye.